also noch mal herzlich willkommen dojo jung und schlecht gelaunt ich bin nicht mehr ganz so jung und auch bester dinge aber es ist eben unser claim und er passt eigentlich auch sehr sehr gut zu dem was wir tun und zu berlin andere richtung vorab erst mal ohne jeden grund drei süße tierbilder für euch tierbabys sind immer gut hello auch für die als sind alle deutschsprachig ich spreche deutsch oder habe ich mir habe ich mir noch gar keine gedanken darüber gemacht dojo familie ich würde euch gerne einmal ein bisschen was über uns erzählen wir haben ja nicht nur die werbeagentur wir sind ja zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen bestandteilen ich würde mal vermuten der ein oder andere von euch hat sich schon ganz klein bisschen vorbereitet ich werde euch ein bisschen was über uns erzählen ich möchte euch heute aber vor allen dingen ein bisschen was über die art und weise erzählen wie wir denken und wie wir arbeiten ich nehme an ihr habt hier super profs die euch erklären wie man maßnahmen mechaniken aufstellt was kommunikationstaktiken sind und das ganze handwerkszeug dazu dafür bin ich heute nicht hier dafür würde die zeit vielleicht auch gar nicht reichen ich würde euch gerne ein bisschen was mit auf einen weg geben was vielleicht darf das ein zeit was du eben gesagt hast ja wir ecken mal an wir stören mal ich glaube wir überraschen auch oft aber das hat schon alles seinen guten grund und das basiert auf einer bestimmten art und weise wie wir denken und das ist auch alles gar nicht so kompliziert ich werde mir heute auch so viele fachtermine wie möglich verkneifen weil im prinzip muss man sich einfach nur ein paar dinge konzentriert vor augen halten und bei sich selber bleiben und dann ist die nummer gar nicht so schwer sage ich jetzt mal so vorab mein ziel heute wäre ehrlich gesagt euch ein bisschen den kopf aufzumachen und euch ein bisschen mut zu machen gute kommunikation ist absolut möglich aber erstmal ein bisschen zurück zu uns zum background die dojo familie hat zwei väter wie sich das für einen modernen haushalt gehört ihr seht hier einmal dominik und einmal joachim und die beiden herrschen sozusagen über unser universum wir haben einmal dojo die werbeagentur auch wenn dojo als begriff so ein bisschen über allem steht wir haben pretty motion pictures unsere branded content unit wir haben dojo palm beach ist jetzt kommt mal kurz die die head of legal durch ist eine hundertprozentige tochter der dojo werbeagentur haben wir gegründet vor dem hintergrund dass wir gemerkt haben so im letzten jahr vielleicht auch in den letzten anderthalb jahren haben sich die anfragen der kunden und die briefings sehr stark verändert während wir vor zwei drei jahren vielleicht noch ja ich würde sagen überdurchschnittlich viele tvs gemacht haben auch ganz oft noch irgendwie reinkam tv spots da geht schon los sehr viele tv spots gemacht haben sehr viel klassische werbung gemacht haben hat sich das wirklich in den letzten jahren stark verändert ich meine werdet selber gemerkt haben an sowas wie influenza ja die kommunikationskanäle ändern sich einfach und es sind immer mehr marken auf uns zugekommen die glaube ich noch gar nicht so genau wussten was sie wollen aber irgendwie einfach wieder ein bisschen cool sein jetzt konnten wir das dojo seitig erstmal weitestgehend abdecken wir sind sicher auch eine agentur die so ein bisschen das image hat dass sie weiß was sie tut wenn es um eine junge zielgruppe geht gleichzeitig haben wir aber gemerkt spätestens als dann und ich darf es inzwischen glücklicherweise offiziell sagen coca cola auf uns zugekommen ist und gesagt hat simpel reduziert formuliert macht uns mal wieder cool haben wir gemerkt okay jetzt wird es zeit hier noch mal ein bisschen mehr leute und expertise reinzuholen und daraufhin haben wir eben dojo palm beach gegründet da sitzen wirklich paar szene boys und girls drin die sehr genau wissen was sie tun die auch zum beispiel auflegen die teil von kollektiven sind die im bereich elektronik und urban sehr zu hause und unterwegs sind und aber eben auch wissen was gute kommunikation und gute kommunikationsstrategie ausmacht und deshalb haben wir den bereich ausgegründet musik kreuzberg ich habe hier schon ein shirt gesehen einmal kompliment dafür irgendwo habe ich war als shopping tour gesehen ich glaube du warst oder wer hat alles musik kreuzberg shirt oder pullover und eins habe ich auf jeden fall gesehen hat mich sehr gefreut war nur winter haben wir eben schon kurz angerissen werde ich ganz zum schluss darauf eingehen und natürlich nicht zu vernachlässigen schon allein weil du am anfang so schön drauf eingegangen ist muster fast gemüse kebab wir betreiben zusammen mit nennen wir ihn muster fahr in münchen eine filiale in berlin ist der laden ja schon sehr erfolgreich und das war auch eine der ersten kampagnen die dominik und joachim auf die straße gebracht haben und in münchen haben wir eben eine gemeinsame filiale da werde ich auch nachher noch weiterhin fahren gehört natürlich auch zur familie so viel einmal zum überblick ich werde heute hauptsächlich eingehen auf dojo das ist das was ich erstmal in der basis brauche um euch zu vermitteln was ich euch gerne heute vermitteln würde und natürlich kurz auf one home winter die anderen bereiche werden wir vielleicht mal grob anreißen aber dafür reicht die zeit nicht domenik und joachim schaffen die nummer nicht ganz alleine wie euch vorstellen könnt auf jeder unit sitzt auch noch mal einer von uns darum geht es jetzt gar nicht so zwingend eigentlich geht es nur darum dass wir auch ziemlich gute team fotos machen können und das ist die gang das war obwohl das war die gang vorletztes jahr auf unserer teamfahrt wir fahren einmal im jahr alle zusammen weg da waren wir auf mallorca schönes langes wochenende schönes finca gelände pool wie ihr sehen könnt dieses jahr waren wir in portugal war auch sehr sehr schön machen wir einfach einmal im jahr es gibt so drei themen die uns sehr am herzen legen insbesondere intern und das eine ist auf jeden fall unsere gemeinschaft unsere gemeinsamkeiten wir nennen es gang shit und den pflegen wir dann da einfach mal so vier fünf tage aus aller feinste hier seht ihr also die leute die am ende dann tatsächlich möglich machen dass alles auch wirklich auf der straße landet was wir uns so überlegen zum profil ihr findet hier den geduckten businessman ich glaube normalerweise ist es eine kuh das sind im wesentlichen die bereiche die wir abdecken da muss ich jetzt auch gar nicht auf jeden einzelnen eingehen ich glaube relevant ist ich weiß nicht ob uns alle kennen wir haben einen schwerpunkt als kreativagentur und genauso verstehen wir uns auch ja das heißt in jedem der bereiche die ihr hier seht können wir denken können wir kreative impulse setzen was wir eher nicht machen ist dann wirklich so bis ins letzte detail durch exekutieren und bei uns ist es auch so und da werde ich auch gleich noch mal darauf eingehen die idee ist der chef niemand sonst Gibt diesbezüglich so ein paar dinge an die wir glauben es gibt eigentlich auch total krasse glaubens charts ich habe es jetzt mal selber gebaut für euch und auch so ein bisschen runter gebrochen wie gesagt es gibt drei dinge die wir uns glaube ich auf die fahne schreiben wenn wir uns an die arbeit machen und da ist es erst mal relativ egal ob das jetzt ein kreativer ist ob das ein berater ist ob das jemand aus der geschäftsführung ist oder ob ich das bin also auch bei mir landen verträge auf den tisch und ich denke mir so na gut idee sitzt better not safe than sorry also ihr alle kennt wahrscheinlich bei der safe than sorry better not safe than sorry will darauf hinaus wenn ihr auf sichere kommunikation setzt wenn ihr auf sicherheit setzt wie spannend findet ihr das nicht so richtig spannend wahrscheinlich und genau das ist der punkt letztlich geht es ja darum irgendjemand abzuholen irgendjemanden zu berühren irgendjemanden zu überraschen wenn ich bei dem eine botschaft platzieren möchte niemand möchte von ganz ganz vielen informationen überhäuft werden es interessiert eigentlich auch niemanden ob eine packung käse 5 euro 99 kostet idealerweise lädt man so ein thema einfach erst mal anders auf und dann muss man sich öfter auch mal ein bisschen weiter aus dem fenster lehnen ich sage es jetzt mal so simpel ich gebe euch die punkte vorab mit dann kommen wir ein bisschen besser durch die cases mut zum unmut und das ergebnis ist der chef mut zum unmut da zitiere ich joachim küsschen nach berlin mut zum unmut und das ergebnis ist der chef geht so ein bisschen hand in hand bei uns ist es letztlich nicht so dass wir arbeiten um den kunden glücklich zu machen es ist cool wenn der kunde auch glücklich ist aber letztlich kommt er ja nicht zu uns weil er selber weiß wie es geht ein kunde hat vielleicht ein wahnsinns unternehmen aufgebaut der führt bestimmt auch eine top abteilung und hat ein super produkt aber wenn der wüsste wie er das gut verkauft und wie er gute kommunikation dafür aufbaut dann bräuchte er uns nicht das heißt man kann sich ruhig trauen jedes briefing zu reflektieren jeden input erstmal für sich ganz persönlich anzunehmen und zu gucken macht es sinn oder macht es keinen und im zweifel auch mit einer anderen meinung da rein zu steppen habe ich sehr schöne beispiele für euch dabei und wie gesagt der chef ist weder der kunde noch ist der chef zwingend unser cd das kann auch mal jemand anders nicht wahnsinnig gute idee einbringen der chef ist immer am ende das beste ergebnis dafür gehen wir jeden tag ins büro und rebel wurde kurs ist auch ganz relevant da schließt sich wieder ein bisschen der kreis zu dem was du eingangs gesagt hast wir pöbeln nur mit grund wir pöbeln gerne aber nie ohne grund das hat immer eine strategische grundlage und es hat auch meistens wirklich jetzt sage ich schon wieder grund es hat auch meistens wirklich einen relevanten grund oder es ist notwendig sagen wir es mal so aber auch dafür sehr schöne beispiele dabei darum warum fragt euch das immer egal was ihr macht egal was ihr präsentiert egal was ihr auf die straße bringen wollt fragt euch warum warum genau das warum genau die idee warum genau der kanal warum genau an dem ort wenn ihr das alles beantworten könnt und selber von der antwort überzeugt seid dann seid ihr wahrscheinlich auf einem ziemlich guten weg Drei fragen die ich noch bevor wir in die kreation einsteigen in dem kontext mitgeben möchte fragt euch passt es zum unternehmen passt es zur marke hört da ruhig mal ein bisschen in euch rein ist es relevant Relevanz wird heute wahrscheinlich das meist benutzte wort von mir sein während wir durch die einzelnen cases gehen bedeutet aber auch passt es zur zeit also sowohl zur allgemeinen zeit als auch zur jetzt zum jetzigen zeitpunkt an dem es angebracht wird passt es in den gesamtkontext passt es zum markt und löst es das problem oder geht es adäquat mit dem problem um und letzter punkt eben schon angerissen überrascht und bewegt es menschen ja wir reden ja nicht mit zielgruppen also natürlich reden wir mit zielgruppen weil wir es halt in unseren termini so nennen aber am ende des tages reden wir mit menschen das sind menschen die haben vielleicht eine bestimmte Altersklasse die haben vielleicht bestimmte interessen vielleicht wohnen die auch alle in würzburg oder in berlin aber am ende sind es halt einfach menschen und nicht irgendwelche technischen fakten das klingt ganz ganz simpel ich weiß auch dass das jetzt ganz ganz simpel klingt aber wenn ihr euch das vor augen führt und haltet wenn ihr jetzt arbeitet aber auch in zukunft wenn ihr arbeitet dann werdet ihr schon wirklich ganz ganz großen schritt näher an relevante kommunikation kommen Kunden und cases there we go ich habe euch paar sachen mitgebracht die ihr vielleicht schon kennt ziemlich sicher sogar ehrlich gesagt ich würde die punkte die ich gerade genannt habe gerne auf basis der cases die ich euch jetzt zeige an der ein oder anderen stelle belegen ich habe mir auch super notizen gemacht die kann ich nicht einblenden deshalb wir schauen mal ob es klappt hier noch mal ein paar von unseren kunden im überblick was das aus meiner sicht auch noch mal ganz schön unterstreicht ist eben der anspruch als kreativagentur wir schließen erstmal niemanden aus wir sind nicht spezialisiert auf irgendeine bestimmte branche wir sind nicht spezialisiert auf eine bestimmte marke wir finden es spannend sowohl wie beispielsweise da seht ihr auch noch city wir finden es spannend für ein easyjet zu arbeiten und gleichzeitig aber eine angemessene kampagne für ein bestattungs unternehmen auf die straße zu bringen komische oper haben wir was sehr sehr schönes für gemacht und gleichzeitig war business bank auch schon bei uns kunde letztlich geht es darum können wir mit dem briefing was anfangen klicken wir mit dem kunden und haben wir das gefühl ja warte mal wir haben ein mikro hier kriegst du es gleich auf unserer technik ich glaube du solltest es am besten wissen aber klar moment ja felix haben alle die frage verstanden oder soll ich noch mal wiederholen haben alle verstanden okay also die antwort lautet ja haben wir es gibt bestimmte dinge die wir nicht tun ich denke waffenlobby würde definitiv dazugehören hat jetzt noch keiner bei uns angefragt für zigaretten haben wir tatsächlich schon werbung gemacht wir setzen uns aus zwei perspektiven mit anfragen auseinander die erste erste perspektive ist auf jeden fall können wir dahinter stehen also ist das ein produkt von dem wir auch möchten dass es sich verkauft oder zumindest vertreten können dass es sich besser verkauft wenn wir die kommunikation dafür machen denn das ist ja am ende sinn und zweck des ganzen waffenlobby würde ich ausschließen wir haben schon unterschiedliche dinge abgelehnt bei denen es um fleischproduktionen ging also eben auch alles andere als auf bio niveau und es kommen immer wieder mal so anfragen rein wo wir denken jeder da können wir nicht dahinter stehen am ende des tages muss man aber natürlich sagen wir arbeiten in der werbebranche wir sind jetzt auch nicht pipslicher als der papst aber es gibt schon gewisse kriterien nach denen wir bewerten und ausschließen ja ich glaube der punkt ist eher wenn wir größer wären hätten wir ein problem tatsächlich es ist ja so wir verfolgen eine strategie wir bauen keine teams um etats das heißt nur weil wir jetzt neun großen kunden kriegen bauen wir nicht gleich automatisch ein komplettes team drumrum dass wir dann entweder abstoßen müssen falls wir den etat verlieren oder dass wir halt irgendwie beschäftigen müssen damit wir es bezahlen können so und dadurch haben wir natürlich eine gewisse freiheit wir arbeiten sehr sehr projekt basiert wir haben nur einen retainer kunden tatsächlich das ist easy jet wir haben ein paar regelmäßige kunden für die wir arbeiten aber wir finden wir sind wir sagen immer wir sind weniger so die für die lange ehe wir sind mehr so für eine ziemlich gute affäre und daher arbeiten wir sehr sehr projekt basiert ist auch einfach spannender du stellst dich immer wieder neu drauf ein und so weiter und dann kannst du halt auch ein bisschen gucken funktioniert das klickt da die chemie oder eben nicht und was für uns hat auch ein relevanter faktor ist wir sagen immer ein pitch läuft in zwei richtungen ja es geht nicht nur darum dass wir dem kunden gefallen es geht auch darum dass wir das gefühl haben dass wir mit dem kunden auf augenhöhe zusammenarbeiten können wir verstehen uns nicht als dienstleister wir verstehen uns immer als partner das ist eine luxuriöse position die man natürlich auch auf ganz unterschiedlichen ebenen festigen muss das würde jetzt glaube ich ein tick zu weit führen ja aber natürlich das bringt bestimmte parameter mit sich auf die man achten muss aber ja das gehört bei uns definitiv zur grundeinstellung wir machen nicht alles also entweder weil wir es aus bestimmten ethischen gründen nicht vertreten wollen und wir machen auch nicht alles weil wir auf augenhöhe mit jemandem zusammenarbeiten wollen und weil natürlich auch nicht jeder kunde nur weil er uns mal ganz kurz spannend findet dann am ende sorry für die formulierung die eier in der hose hat eine stabile kampagne auf die straße zu bringen so viel zu unseren kunden sind nicht alle und da kommen wir auch schon zum ersten case alles easy jet ich bin mal ganz kurz unelegant und entsorgen mein kaum wie auch ich bin nur ein mensch easy jet ist auf uns zugekommen als sie eine sehr spezielle aufgabe hatten und zwar insbesondere für berlin und hamburg zu werben die hatten ganz klaren lokalen schwerpunkt ich würde sagen es gibt wahrscheinlich keine agentur in deutschland die so nah an berlin ist wie dojo und deshalb war es erstmal ganz naheliegend dass die auf uns zugekommen sind auch wenn wir positiv überrascht waren würde ich sagen hamburg hatte sich dann relativ schnell erledigt was auch ein bisschen toll war für uns weil wir halt voll auf berlin gehen konnten es war ein pitch wir haben ihn geholt und sind erstmal also ich versuche jetzt wirklich einigermaßen zackig durch die cases zu kommen und euch nicht immer die komplette maßnahmenstruktur aufzuzeigen sonst kommen wir hier heute nicht mehr raus glaube ich in dem fall war es so dass wir auf jeden fall ganz direkt auf die stadt eingegangen sind an der stelle eigentlich zu schön um weg zu fliegen ist es erstmal komplett über berlin plakatiert gewesen wir haben aber auch sachen gemacht guck mal ob ich hier noch einen dabei haben wir haben aber auch sachen gemacht die wirklich ganz lokal begründet waren ich weiß nicht wie viele von euch schon mal in berlin waren berlin ein bisschen kennen keine ahnung görlitzer park ist vielleicht dem einen oder anderen begriff da kriegt man auf jeden fall alles was man an drogen braucht da haben wir dann plakate außen hingehängt besonders gute kurse oder am kottbusser tor hatten wir ein plakat und tschüsch solche geschichten eben ja da fühlt man sich dann wahrscheinlich sogar im lokalen sogar noch mikrolokal abgeholt aber genau das ist ja am ende das worauf es ankommt wenn es darum geht mit menschen zu reden fliegt doch mal fliegt doch mal in eine uncoolere stadt klar zahlt auch wieder auf ganz berlin ein alternative für europa ist ein schönes relevanz thema wenn es darum geht sich zu überlegen zeit kontext ja wir hatten eine große einen großen kampagnen flight einen großen out of home flight draußen kurz vor der wahl auch und sind da natürlich auch auf bestimmte themen eingegangen hier sehr klar erkennbar dieses poster hatten wir am hermannplatz ich weiß nicht wer den kennt aber es ist mitten in neu köln und das dürften die meisten wissen dass es ein sehr sehr multikultureller kiez ist und was glaube ich der absolute ja also mein absoluter höhepunkt der gesamten kampagne nach wie vor auch wenn wir die finde ich sehr sehr gut weiterführen und umsetzen ist inländer raus und da muss ich auch ganz ehrlich sagen zum thema identifikation vielleicht auch ich wohne selber in neukölln und ich bin dann vom hermannplatz so ein bisschen die sonnenallee hochgefahren im bus und es war halt wirklich eins nach dem anderen waren diese innen daraus clps da aufgestellt und ich war einfach nur stolz also ich kann es wirklich nicht anders sagen ein weiterer punkt da im hinblick auf die relevanz ist natürlich dass es eine sache ist die zumindest polarisieren kann ich persönlich und da gibt es wahrscheinlich einen hier und auch einem dojo so finde es absolut nicht richtig dass sowas polarisiert nichtsdestotrotz wir haben das gepostet und es hat so ungefähr vier minuten gedauert bis der erste rechte kommentar kam und da komme ich so ein bisschen zurück zum kunden es jetzt steht überhaupt nicht zur disposition ob das richtig oder falsch ist ja aber easyjet ist eine airline die wollen den leuten gutes urlaubsgefühl vermitteln dafür sind die da dafür treten die an und dafür suchen die eigentlich auch eine kommunikation die suchen erstmal nicht zwingend jemanden der ihnen was provokantes auf die straße bringt glücklicherweise sind wir doch zusammengekommen glücklicherweise muss man an der stelle auch mal sagen haben wir bei easyjet wirklich leute gegenüber die in der lage sind es zu verstehen zu antizipieren und sich auch ein bisschen was trauen denn was letztlich passiert ist ist dass auf dem social media kanal von easyjet oder in dem fall eben auf facebook auf einmal total viel passiert ist wir hatten eine wahnsinns interaktion da leute haben miteinander diskutiert wir haben das natürlich gesteuert unser social media manager ist dann natürlich reingegangen und hat das so ein bisschen moderiert und haben natürlich aufgepasst dass da jetzt keine besonders harten sachen passieren aber letztlich was passiert ist interaktion ist auseinandersetzung mit der marke und easyjet hat einen standpunkt bezogen hat sich ganz klar positioniert und ich persönlich bin mir sicher das bringt den deutlich mehr als zu sagen dass sie wahnsinnigen komfort haben und ein gutes preis leistungs verhältnis darf ich da ganz kurz dazwischen sehr gerne wie oft stirbt so was weil der kunde sich sich traut bei uns sehr sehr selten also die kommen schon mit der prämisse zu euch dass es polarisiert ja nicht zwingend also inzwischen schon man kennt uns ein bisschen besser früher war es so dass wir eher bestellt wurden als die lustigen aus berlin und man guckt sich mal an was die so machen und dann klopft man sich mal kurz auf den schenkel geht dann aber doch eben für die better safe than sorry variante inzwischen weiß man natürlich ein bisschen was passiert wenn man uns anruft auf der anderen seite das ist ja jetzt nicht so dass das alles nur wahnsinnig unterhaltsam ist das funktioniert ja also kein kein marketer dieser welt gibt ihr budget wenn er das gefühl hat er kann es auch gleich verbrennen was wir machen funktioniert ja und ich glaube das haben wir in den letzten jahren einfach immer mehr bewiesen ein anderer aspekt ist dass es in anderen agenturen glaube ich viele ideen die wir haben einfach nicht zum kunden schaffen ich würde gar nicht sagen dass in anderen agenturen weniger kreative leute sitzen ich glaube nur dass da teilweise etwas mutlosere leute sitzen wenn es eben darum geht eine sache mit zum kunden zu nehmen oder auch das risiko einzugehen etat nicht zu bekommen wir werden sicher kein pitch gewinnen mit einer idee hinter der wir nicht stehen insofern das war schon allein die ja ich glaube wir haben die gar nicht so hart diskutiert ich erinnere mich nicht mehr genau daran ehrlich gesagt aber in der regel klar fliegt auch mal was raus ja also natürlich müssen wir auch mal irgendeinen weiß ich nicht internationalen claim übernehmen weil es dann halt so ist ob wir den jetzt super finden oder nicht aber grundsätzlich würde ich sagen wir bringen die ideen zum kunden hinter denen wir stehen und von denen wir überzeugt sind und dadurch können wir sie eben auch vermitteln und wie gesagt wir pöbeln ja nicht ohne grund wir können schon wir können glaube ich schon sehr sehr gut vermitteln warum wir was tun genau hier sieht man es noch mal ein bisschen zusammengefasst ich lege deine mutter hier sicher auch ein thema ich gehe noch mal kurz zurück hier sicher auch ein thema wir haben jetzt würde ich sagen bei easyjet auch im bereich social media bestimmt nicht bestimmt das game neu erfunden aber davor ging es da halt wirklich hauptsächlich darum was gerade angeboten wird an pauschal reisen welche flugrouten gerade besonders gut sind und so weiter ihr könnt euch ungefähr vorstellen und letztlich reden wir ja auch da mit leuten und die leute folgen easyjet ja nicht weil sie die ganze zeit nur irgendwelche produktinformationen haben wollen gut viele leute folgen easyjet weil sie sich beschweren wollen so fair kann man auch sein aber letztlich haben wir da wirklich eine sehr schöne mechanik gefunden mit einer headline getriebenen kampagne auch eben post online zu stellen und einfach für so ein bisschen lockerheit und unterhaltung zu sorgen und einfach dem gegenüber auch mal ein bisschen spaß zu gönnen hand ja 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 ich fürchte nicht also was aber andere gründe hat als dass ich jetzt gar nicht könnte aber ich glaube kunden kennenzahlen wird schwierig also was ich dir auf jeden fall sagen kann ist dass die auseinandersetzung mit der marke also man kann ja bestimmte dinge schon über social media einfach ablesen ja was ich eben schon meine zugriffe auseinandersetzen setzungen interaktionen und so weiter dann merken wir natürlich auch wie es bei easyjet intern ankommt was tatsächlich sehr gut ist auch wenn das unternehmen firmensitz in england hat und wahrscheinlich auch nicht ganz alles versteht was wir tun aber jetzt so da wirklich auf kunden kp 1 eingehen kann ich nicht machen zumal was man auch sagen muss es kommt natürlich erschwerend hinzu dass easyjet bei uns den zweiten flughafen übernommen hat die haben jetzt nicht mehr nur noch schönefeld sondern auch tegel haben eine massive steigerung der flüge fliegen jetzt auch innerdeutsch das sind natürlich auch alles zahlen die da nochmal rein fließen es gibt gibt nachher ein case da kann ich ein bisschen was zu zahlen sagen ich habe gesehen du reist jetzt an konrad an wollen wir eine zwischenlandung machen und ja gerne in zehn minuten geht der anschlussflug ja 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 Bis zum nächsten Mal.